Storyteller London Network Daily Post ...zuschlägt und der Exportstopp betrifft Länder wie Bangladesch und Nepal die dringend darauf angewiesen sind. Wir appellieren aber auch gemeinsam aus Stuttgart an Indien seiner Verantwortung als G20 Mitglied gerecht zu werden. Wenn Sie die G7 mit dem Export zu kommen, dann können Sie die G7 mit dem Export zu kommen. Das ist nicht mehr, denn die Wirtschaft, die Region, die aus India gibt, eigentlich nie sind. Die G7 mit dem Hauptpersonen, das ist die G7 mit dem Export zu kommen, werden gesprungen vor. Die G7 mit dem Export zu kommen, dann wurden sie mit dem Export an Indien damals gesprungen vor. Das ist viel funktioniert, nach dem Geruch in den G7 zusammen zu verabschieden sind die Die Räuber in India coxspot ihr, seit ein 앞es Monat. Die India, wenn sie sich so zählen, die die Auf Mur. Sie können wir sie auch leben. Sie können eine Empfehlung und ein wenigstens. Die India hat gesagt, die IT hat eine Food Security in der Pramaarschein können Sie die Menschen raus, und sie Brilliant werden. Die India, die Buk Opa wird mit den Menschen raus, sie sofort noch die Leute raus, dass sie auf die Leute raus und sich retten. Es gibt nur die Expo. Es gibt auch die Bewerbungen, die sich in die Indien zu verbrechen. Das ist die Prime Minister Moody, von der German Chancellor Olaf, in der G7-Semite in Deutschland. Es gibt auch die Wirtschaftsminister der Ukraine, die USL-Leaders in der G7-German in Deutschland. Die Ukraine hat 30 Millionen Tonnen, die sich in der G7-Geräusche zu verbrechen. Das war es, dass die Ukraine 1.5 Millionen Ton produziert werden in der Landwirtschaft. Die Ukraine in der Ukraine ist 1.5 Prozent. Aber wenn die Unternehmen in der Landwirtschaft auslöser, dann ist es, dass sie in der Landwirtschaft auslöser. Wenn sie in der Landwirtschaft auslöser, dann in der Landwirtschaft auslöser, dann in der Landwirtschaft auslöser. Koblen Siebohren, starten wir in den Dwarf Daily Post.